am dvd boxen sortieren davor hatte ich eine von meinen wundervollsten boxen in meinem hof und diesmal habe ich hier playback battlestar galactica season 4 ich habe mir natürlich auch battlestar galactica jetzt komplett gekauft das ist halt so ja die habe ich mir damals gekauft als battlestar galactica rausgekommen ist finde ich aber auch trotzdem trotz alledem sehr cool ich wollte euch die einfach nur mal zeigen ist alles sehr spartanisch gehalten halt einfach nur ein paar charaktere drauf ultra slim dvd boxen nichts besonderes aber einfach mal ein video von gemacht ist auch schon ein paar tage alt hat auch schon ein bisschen gelitten kommt auch jetzt wieder in irgendeine ecke in meinem dvd regal wie gesagt ich bin gerade am aufräumen ich werde euch das teil wenn es das noch zu kaufen gibt werde ich das auf jeden fall verlinken ansonsten lasst mir gerne ein like da und den rest schenke ich mir bla 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 und kanal abonnieren bla 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 und so weiter ciao